Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Zuschauerinnen zu Hause, für DIE LINKE ist schon lange klar, um die Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Nahrungsmitteln zu sichern, sind regionale Ernährungssysteme notwendig. Durch eine Regionalisierung von Produktion, Weiterverarbeitung, Vermarktung und Konsum können Kreisläufe geschlossen, Transportwege minimiert und kulturelle sowie ökologische Aspekte des Landschaftsschutzes besser gefördert werden. Doch das Potenzial von regionalen Ernährungssystemen, einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raums sowie eine Wertschöpfung für Klima- und Umweltschutz zu leisten, wird nicht genutzt, geschweige denn ausgeschöpft. Notwendig sind regionale Kreisläufe zugunsten der vielen statt globale Märkte zum Profit der wenigen. Gerade der zurückliegende Lockdown hat gezeigt, und ich konnte mich auf meiner Sommertour davon vielfach überzeugen, dass die Umsätze der sogenannten Hofläden und die Direktvermarktung um ein Vielfaches gestiegen sind. Allerdings gehört dazu für den weiteren Ausbau dieser Vermarktung ein flächendeckender Umbau der Landwirtschaft hin zu einer extensiven, weg von der intensiven Bewirtschaftung der Böden und einer Tierhaltung, die nicht auf Masse, sprich Quantität setzt, sondern eine tierwohlgerechte Haltung und eine Förderung, die die Qualität unterstützt. Dazu müsste sowohl der Tier- als auch der Fleischexport massiv zurückfahren oder am besten ganz eingestellt werden und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen erlaubt sein. In der Fleischproduktion ist noch weitaus mehr wichtig als regionale Erzeugung und Schlachtung. Um die Belastung der Tiere zu vermindern, bedarf es mehr als mobile Schlachteinrichtungen und dezentrale regionale Schlachthöfe. Sollen kleine und privat geführte Schlachthöfe ein romantischer Gegensatz zu den großen industriellen Schlachtungen sein? Ich glaube kaum. Wenn der Mensch Fleisch essen will, dann muss er Tiere töten. Doch wie geht das am besten? Oder wahrscheinlich ehrlicher, wie geht das am wenigsten schlecht? Eins ist aus ethischen und ökologischen Gründen klar. Wir müssen auf Masse und Tierqual verzichten und sollten uns immer wieder selbst fragen, wie viel Fleischkonsum sein muss. Die 28 größeren hessischen Schlachtbetriebe verfügen über eine Schlachtkapazität von rund 53.000 Rindern, 270.000 Schweinen sowie 442.000 Schafen und 28 Millionen Stück Geflügel pro Jahr. Und jedes dieser Tiere ist leidensfähig. Es muss unser aller Ziel sein, den Tieren ein gutes Leben zu ermöglichen und den Tieren ihre letzten Stunden nicht noch schwerer zu machen als notwendig. Die Erweiterung der tierschutzgerechten Weideschlachtung ist in dem Zusammenhang eine gute Sache. Aber wird am Ende nur jenen Tieren zugutekommen, die auch mal eine Weide in ihrem Leben gesehen haben. Die Schlachtung selbst muss für alle Tiere verbessert werden. Schlachträume sind kein romantischer Ort, egal wie viele Quadratmeter sie haben. Die Situation auf Schlachthöfen hängt dem hohen Ausmaß von Ausbildung und Training der Mitarbeiter ab. Und hier liegt einiges im Argen. Man muss nur mal auf die Firma Plukon im nordhessischen Gutensberg schauen. Dort werden mithilfe von Sub-Sub-Sub-Unternehmen Menschen eingestellt, die aufgrund ihrer Lebenssituation unter anderem in Bulgarien und Rumänien für alle Arbeiten dankbar sind, allerdings wenig ausgebildet, sondern ausgebeutet. So viel zum Thema Gutes aus Hessen. Und dann passieren Fehler, vor allem bei der Betäubung. Das wird meist dann etwas lauter diskutiert, wenn Aktivistinnen und Aktivisten mutig genug waren, um in Schlachthäusern zu filmen und zu dokumentieren, was da vor sich geht. Es existiert kaum eine gesicherte Forschung zu Schlachtfehlern, auch weil die Schlachthöfe wenig Interesse haben, Wissenschaftlern Zugang zu gewähren. Auch wenn sich die Situation in vielen Schlachtbetrieben in den letzten Jahren verbessert hat, so ist sie bei weitem noch nicht zufriedenstellend. Immer wieder wird gegen geltendes Recht verstoßen und tierschutzrelevante Anforderungen mitunter wenig Beachtung geschenkt, beispielsweise der Überprüfung des Betäubungserfolges eines jeden Schlachttieres. Auf ein einzelnes Tier und seinen Zustand wird aus Schlachthöfen nur wenig Rücksicht genommen. Auch haben wir Vollzugsprobleme, weil es an Personal in den Veterinärämtern fehlt, weil bundeseinheitliche Befundkataloge fehlen, weil ungeklärte Zuständigkeiten vorliegen, Verstöße strafrechtlich nicht verfolgt werden oder verfolgt werden können. Insofern muss hier noch einiges passieren. Wir können das nur gemeinsam erreichen, müssen es aber erreichen. Und jetzt gestatten Sie mir noch einige Bewerkungen zum Antrag der AfD. In deutschen Wäldern werden jedes Jahr hunderttausende Wildschweine präventiv getötet, damit weiterhin Tiere für die Fleischproduktion unter widrigen Bedingungen und auf Hochtouren gemästet werden können. In der Saison 2018-19 belief sich die Jahresstrecke von Schwarzwild auf knapp 600.000 erlegte Tiere in Deutschland. Experten zufolge ist die großflächige präventive Tötung von Wildschweinen kontraproduktiv. Denn die Schweinepest wird hauptsächlich durch kontaminierte Speise- und Schlachtabfälle verbreitet, also durch den Menschen. Eine Übertragung in die Schweinestelle erfolgt also durch den Menschen. An diesem Punkt ergeben Präventivmaßnahmen durchaus Sinn. Für den Menschen und andere Haustierarten ist die Krankheit übrigens ungefährlich. Unter dem Vorwand der Seuchenprävention werden verstärkt Rückjagden durchgeführt, obgleich bei einem Ausbruch der Schweinepest vor allem diese Jagdmethode zu einer Verbreitung der Krankheit beitragen würde. So beschreibt das Friedrich-Loeffler-Institut, ich zitiere, eine Bejagung könnte Unruhe in die dort ansässigen Rotten bringen und unter Umständen zu ausgeprägten Wanderbewegungen führen, die das Risiko einer Verschleppung des Erregers erhöhen. Soviel dazu. Vielen Dank.